Komm schon, Tressella, sei hier. Nur ein Hausmädchen. Fürstin Tressella hat sich erst vor kurzem wieder erholt. Sie war immer so angespannt, als dass das Gewicht der Welt auf ihrer Schulter. Sie arbeitet für zwei, um den Verlust für Fürst klein und auszugleichen. Am Ende hat sie nicht mal mehr gegessen. Das ist nicht gut. Gut, die Quest erledigt. Dann habt ihr aber noch irgendwie eine Schwestien Charalton. Wirstin Tressella ist zäher, als sie aussieht. Selbst wenn ich ihr schwierigen Fragen stelle, lässt sie nur und lässt sich nicht bilden. Es liegt wohl daran, dass sie schon so viel durchgemacht hat. Da vorne ist das selbstverwaltete Regulator von Charalton. Wir dürfen niemanden ohne Erlaubnis durchlassen. Wir dürfen niemanden ohne Erlaubnis durchlassen. Wir dürfen nicht mehr als erledigt. Aber es ist nicht alles, was wir machen. Wir dürfen nicht mehr als Erlaubnis durchsetzen. Wir dürfen nicht mehr als Erlaubnis durchsetzen. Aber es bleibt nicht mehr als Erlaubnis. Aber es bleibt noch nicht mehr als Erlaubnis. weitersuchen jedes holz ich glaube in der gegend gab es doch noch so eine quest ich erledigen konnte selbst der tönenstraße bei mir schlucht kummer fahrt sie muss nicht schön den eingang zu herren haus dass wir das bestätigung abgeben okay sie ist das selber und sie ist gerade noch nicht hier okay gut gut dann gehe ich jetzt erst mal den weg glaube ich warte ich möchte kurz noch mal wieder zurück nur die sind aus irgendeinem kompletter ach genau deswegen ging es nicht ich verinnere mich wohnen brauche ich drin also wohnen will ich mich verbinden mit und nehmen wir aber wenn raus wieder brauche ich auch im grunde machen wir so gut 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 Wir haben die Gegner hier. Wir haben nur einen 20. Ja, ich wollte auch sagen, irgendwie sind die Kämpfe zu leicht. Dann konntest du wieder vorübergehend erhöhen. Machen wir es mal so. Immer noch viel zu leicht. Ja, ich kann das machen. Talis Höhenstraße, mal gucken, wo die Katze sein soll, damit ich da ein Auge drauf halte. Talis Höhenstraße. Nein, gab es gar keine Katze hier. Gut. Dann gehe ich hier unnötig lang. Dann gehe ich wieder weg hier und gehe nach. Weil ich muss ja, um die Hauptstory fortzuführen, muss ich ja gerade Geld sammeln. Und das macht keinen Sinn, jetzt da lang zu gehen oder so. Finde ich jetzt Kumara-Fahrt lang. Und das wäre halt die beste Idee, glaube ich, den Kumara-Fahrt zu gehen und dort die Katze zu suchen, die ganzen Quests zu machen. Die 100.000 Gold an, äh, Geld anzusammeln. So. Welches Level sind die hier? Auch 29. Einmal zu viel gedruckt. Wir können das tun. Ich mach so, das dauert nicht lang. Mit den Schlusswaffen. Oh, mir, da muss ich noch umstellen. Okay. Okay. Ich bin stark. So, das war gut. Vielleicht können wir uns zumielen. Wir müssen jetzt einfach nachzudenken, das war gut. Wie schön, das war gut. Wie geht es? so von bis zu tun stunden durch die karten schaden Ich bin ein Kuss. Du bist okay? Ich habe deinen Bremsen. Rappen, russ. Geh, russ. Geh, russ. Du bist ein Kuss. Du bist ein Kuss. Das ist cool. Das duett wurde von mir und meinem Bruder. Ich hab keine Mana mehr auf. Ich hab keine Worte. Mann, sind die Trotspache langweilig. Hey! Du solltest mich nicht überraschen. Wir haben wirklich die linken Arten geliefert. Ich denke, wir haben definitiv als Team verbessert. Leider nicht so gut. Was ist aus mit der Katze? Muss ich auch mal gucken, wo die Katze ist. Was ist das? mein kauf kummer fahrt einen doch wieder irgendwo ist er hier in einem loch das heißt jede wand wieder abklappern und dann das teil kommt man da nicht an doch er hat alles verbessert okay man die band gucken irgendwo muss hier ein loch sein irgendwo ich hätte gerne das item da auch hier nicht ich kann ja auch mal das hier machen das geht so schnell wieder voll das ist ja 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 Das war's für heute. Kann ich jetzt das Item nehmen? Danke. Hier ist das Loch. Hoffentlich. Da ist eine Katze. Katzbürste ist es, die Katze. Wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich auch das ganze Gebiet damit durchgehen. Oh. Ist das denn die Dirk-Gegner? Nee, ich kann mich nicht erinnern. Aber trotzdem muss er besonders sein, wenn er da so steht. Das ist das Tor. Das ist das Tor. Das ist das Tor. Das Tor. Das ist das Tor. Das ist das Tor. 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 Das Tor.